Die Oracle Arena ist eine Mehrzweckhalle in Oakland, Kalifornien und seit dem Bau 1966 der Austragungsort der Heimspiele der Golden State Warriors aus der National Basketball Association. Mit der damaligen Oakland Coliseum Arena wurde in direkter Nachbarschaft das Stadion Oakland Alameda County Coliseum errichtet. Die Oracle Arena bietet 19.596 Sitzplätze bei Basketballspielen und 17.200 Sitzplätze für Eishockey-Partien. Die größte Zuschauerzahl wurde mit 20.679 beim vierten Halbfinalspiel der Western Conference am 13. Mai 2007 erreicht, dass die Warriors mit 101 zu 115 gegen die Utah Jazz verloren. Neben der Verwendung als Sportstätte wird die Arena auch für Konzerte genutzt. So traten unter anderem Pink Floyd, R.O. Smith, Bruce Springsteen, Nirvana U2, The Rolling Stones, Judas Priest und Madonna hier auf Galerie.